Heute ist der zweite Abstrich genommen worden von allen Mitarbeitern, die bisher negativ getestet worden sind. Das sind 462 Menschen gewesen, die auf dem Gelände der Eisfabrik getestet worden sind. Wir hoffen, dass wir die Ergebnisse zügig bekommen, damit wir dann das weitere Vorgehen in Kooperation mit dem Unternehmen absprechen können. Es sind rund 1000 Menschen, die in Quarantäne geschickt worden sind, das sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in den fraglichen Zeitraum das Gelände betreten haben, egal ob negativ oder positiv getestet, sie alle sind in Quarantäne geschickt worden, plus ihre Angehörige oder mit denen sie in einem Haushalt zusammenleben, auch die sind in Quarantäne und so kommt dann diese doch recht große Zahl von 1000 Menschen zustande. Wir hoffen, dass es nicht noch mehr Infizierte geben wird. Wir fürchten aber schon, sonst würden wir den zweiten Test nicht nochmal gemacht haben. Dass es sich jetzt so stark und so radikal bestätigt, diese Befürchtung mit einem Ausbruchsgeschehen in einem Unternehmen, damit haben wir ehrlich gesagt nicht gerechnet, aber es bestätigte eben unsere Einschätzung, dass wir uns nach wie vor in der Pandemie befinden und da reicht ein Ausbruchsgeschehen wie das, dass sich alles umkehrt und alles auswechselt und wir in einer ganz anderen Situation wieder sind, mit einer aktuellen Inzidenzzahl von über 150. Wir haben ja auch mit der Mutation zu rechnen, die ist in diesen Tagen dreimal festgestellt worden. Auch da fürchten wir natürlich, dass das noch steigen wird. Wir wissen, dass die britische Mutante in der Stadt und in der Region angekommen ist und wir wissen ja auch, das ist allseits bekannt, dass von dieser Mutation eine Gefahr ausgeht, weil sie eben ansteckender ist als das klassische Virus, wenn ich das so sagen darf. Nein, bewacht wird hier bisher keiner. Allerdings haben wir angekündigt und haben es heute auch schon vollzogen, verstärkte Kontrollen bei denjenigen, die unter Quarantäne stehen. Also jeder muss damit rechnen, dass Kollegen vom Ordnungsaußendienst vor der Tür stehen, um zu prüfen, ob die Quarantäneregeln tatsächlich eingehalten werden. Denn das ist ja Voraussetzung dafür, dass wir dieses Ausbruchsgeschehen eindämmen können. Wenn sich keiner an die Quarantäneregeln hält und fleißig weiter Kontakte hat, dann passiert ja genau das, was wir alle nicht wollen, nämlich eine weitere Ausbreitung der Pandemie.